Musik Es sagt ja nichts anderes, als dass den Menschen die Wahrheit nicht zumutbar ist. Sie ist nicht verkaufbar. Was wir aus der Werbung seit langem kennen, ist also mittlerweile in der Politik angelangt. Musik Eine ganz wichtige subjektive Wahrheit, sich selbst einzugestehen, wenn man Fehler gemacht hat, wenn man etwas nicht mehr durchschaut, wenn man unsicher ist, wenn man also seinen Standpunkt verlassen sollte. Musik Die Zukunft macht uns Sorge in erster Linie. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Wir haben aber mittlerweile die verlässlichen Wegweiser, die verlässlichen Ratgeber verloren. Musik Die Zukunft macht uns Sorge in erster Linie. Musik Musik Die Zukunft macht uns Sorge in erster Linie. Musik Musik Die Zukunft macht uns Sorge in erster Linie. Die Zukunft macht uns Sorge in erster Linie.